Oh, nett. Da schwebt was. Naja, okay, dann haben wir ja ein bisschen was zu untersuchen hier, ne? So, was haben wir da? Hm, es ist aber gerade. Warum steht die Pflanze da hinten? Aha. Ja gut. Was ist hier mit dem Tisch? Ja, das sieht fast so aus, ja. Ja, das Ding hier, das fällt natürlich extrem auf. Ja, und damit können wir nichts machen? Nein, okay. Ich dachte, damit könnten wir was tun. Ein Schrank, den man nicht mal öffnen kann. Naja, aber gut. Was haben wir denn hier? Diese Marble-Obeleske look real expensive. Aha. Whoa, must be party time at Valhalla. Ah, okay. Ich kann die Bilder verschieben. Das heißt, es wird irgendwas hinter den Bildern sein. Was machen wir denn noch welche hier? Was ist das denn? Ach, ein Safe? Ein Ultra Safe 8000, hm? Top of the line. Okay. Na gut, wir brauchen einen Code. Was ist das denn? Ja. Irgendwie schon. Ach, wer ist das denn? Es ist illegal, sogar eine von diesen. Okay. Scheinbar, kann ich die auch verschieben? Diese Marble-Obeleske look real expensive. Diese Marble-Obeleske look real expensive. Scheinbar nicht. Ups. Hm, da ist was dahinter. Oh. Oha. Da. Aber das ist aber echt, das ist mies versteckt. Also. Hm, Geiger Chow. Es hat einen realen Roastbeek-Flaver und macht seinen eigenen rissen Grave. Ja, aber was macht das denn dahinter? Es muss Venus sein, bevor der große Break-up. Das ist ein schönes oriental-Dressing-Screen. Ich will dir was, dieser Mann hat Styl. Jo, jo, wenn du dich meinst. Was ist das? Woa, ein 6-foot-long-Poll mit einem Leitern-Nuss. Das muss großartig Spaß machen. Ja, bestimmt. Eine Fangschlinge, ja. Eine kleine Schreie hat die Möglichkeit, das alte Haare-Do. Hm, und was ist das? Ein solide Stil-Schlüssel-Locker braucht einen Schlüssel. Ich meine, einen Schlüssel haben wir doch, oder? Aber was ist das? Ah. Hopp, hopp, hopp. Schlüssel benutze. Was hast du? Ah, okay. In dem ersten Raum wieder, okay. Da liegt noch was. Was haben wir denn hier? Ja, mach das doch mal. Äh, prüfen. Fax-Sendung. Datum. 14.10.42. An I Ching. Alles Gute zum 30. Geburtstag. Ich wünschte, ich könnte mit dir feiern. Da das aber nicht geht, hier mein Geburtstagsgedicht für dich. Rosen sind rot, Sonnenblumen sind golden. Ich kaufe dir ein Geschenk, sobald ich in acht oder neun Jahren auf Bewährung rauskomme. Das reimt sich nicht. In Liebe, Mami. Warte mal. Der meinte ja eben schon so, ich sollte mir das unbedingt angucken. Das heißt, das ist ja schon mal wichtig. Der Text hier ist uninteressant. Ähm, wir brauchen ja noch für den Save Zahlen. Und es gibt auch immer wieder Menschen, die ihr Geburtsdatum als, äh, Code nehmen. Oder? Also 10.14. So, jetzt ist 42. Er ist 30. Also 30 minus 42 wäre 12. Also 10.14.12. Das würde ich mal gerne ausprobieren. Aber das wäre echt einfach. Also... An ultra safe 8.000, huh? Ähm, so. 10. Oder hätte ich jetzt erst auf Start drücken müssen? 10. Äh, 14. Und 12. Enter. Ach, komm. Ha. Danke, äh, Mutti von Eddie Ching. Wahrscheinlich. The security card must operate a door panel somewhere in this apartment. Ne, und dann schauen wir mal. Liste der Bieter. Prüfend. Zu Händen, Eddie Ching. Wegen, äh, mögliche Käufer für Gegenstand A. Die folgenden Namen fielen in Zusammenhang mit Kaufwünschen betreffs des Gegenstandes, über den wir bei unserem Treffen vom 7.10. sprachen. Er, dann will, import. P. Garbet, export. E. O'Connor, export. H. Lundz, export. A. G. Coleman, import. L. Percival, Privatsammler. Madame Latunier, Privatsammler. Duke Alforno, Privatsammler. A. Okay. Hier. The security card must operate a door panel in the apartment. Hm. Hm. Okay. Okay. Es ist aber auch zu auffällig, dass wir hier das, äh, Geigerfutter gekriegt haben. Ähm, und die Falle, das sollten wir vielleicht mal kombinieren und, äh, äh, versuchen das Tierchen da zu fangen. Okay, das benutze. Damit? I don't know what I'll do with a small ravenous Geiger. Oh well, everybody needs a pet. Ja, also, das frage ich mich auch noch, was wir damit machen sollen. So. Wir könnten ja jetzt im Grunde noch mal zurück in die, äh, Bibliothek, weil da irgendwas aufgegangen ist. Oder habe ich hier noch was übersehen? Hier sind noch zwei Türen. Hm. Ich würde mal sagen, dann schauen wir noch mal hier durch die Tür. Okay, nein. Also da nicht durch. Und was ist mit der hier? Achso. Okay, also beide Sackgassen. Na gut. Also haben wir, ja, im Grunde jetzt nur die zwei Rollen. Ja, also den hier und die Bibliothek. Ah, guck mal. Bücherregal ist weg. Irgendwas. Macht hier komische Geräusche. Hm. Hm. Well, look what's behind the bookcase. A secret room. I love secret rooms. Hm. Hm-hm. Joa, würde ich sagen, dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um, nicht? Was ist das denn da? Ach, das ist die Taubenstatue, ja? Ja, das, äh, sieht nicht gesund aus. Das heißt, wir müssen irgendwie das Lasersystem deaktivieren. Oh, da hat er ja einige Schätze. This must be one of those hermetically sealed chambers. Unless... This must be one of those hermetically sealed chambers. Unless I miss... Okay. Alright. I guess Ching's vases are just too nice to put flowers in. I wonder if these barrels are... This collection of matching samsonite crates must have cost Ching a bundle. This collection of matching... Hmm. Is das? Well, I'm glad someone had the decency to clean up the smut some people call art. Okay. Looks like a cloth bandana is tied around Davids naughty bits. Naughty bits. Okay. Was, was ist das? Einfach nur irgendeinen Stoff fetzen, okay. I swear, I have seen this painting before. This one must be the original. Aber die können wir nicht verschieben. It seems to be a fine rendering of greco-roman square dancing. Oder? I'd call this painting young boy with fiddle asking for allowance. So that's what the ocean used to look like. Ah, den kann man bewegen. Ja. Was haben wir hier? Aha! A security card slot. This must be the control for the pedestal where the statuette is. Hmm. Wir haben doch eine Magnetkarte. Benutze. Ah. Das Kraft fällt jetzt aus. This must be the counter statuette. I guess she wasn't exaggerating when she said how valuable it was. Warum liegen die jetzt hier am Boden? Bewegen. Ach, bestimmt damit wir von oben reingreifen können, ja. Ja, gut. Aber wie kann ich jetzt... Ups. Wie kann ich jetzt da drauf? Oder muss ich da noch so ein Kleine, dass ich mir da ne Treppe baue? Warte mal. Ist hier hinter irgendwas? Nee, hier ist nichts. Ah, da ist noch was. Welchem Hebel? Achso. Pull this lever. Ja, gut. Oh. Ups. This sign apparently has... Äh. Ups. Sorry. Aber ganz ehrlich, wer packt denn wertvolle Sachen in so einen Schrank? This must be the counter statuette. Ja, aber kann ich die jetzt nicht... Warte mal. Ähm. Oh. John. Ach, kann ich das vielleicht mit dem hier mit? Ah, ja. Waren die Arme wohl zu kurz? Come on. Komm schon. Komm schon. Aber das ist doch diese Statue aus dem Intro. Ja, ich weiß ja nicht. Also, wie gesagt, ich traue dir nicht. Der Barone ist da. Der Gräfin. Also, die ist mir ein bisschen suspekt. Keine Ahnung, aber... Hm. Dass wir die Statue jetzt haben, könnten wir doch eigentlich, äh, hier raus, oder nicht? Tipps? Klicken Sie auf die Taste, um weitere Informationen zu erfüllen. Kann ich ja reisen hier, ne? Schön. Ja, dann zurück zu Tech's Office, weil wir haben ja sowieso kein anderes Ziel. Oh, ich bin ein tired hombre. Ich kann nicht warten. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh my head feels like it's been pounded with a lead pipe. I guess it wasn't a bad dream after all. I wonder how I got here to my office. All I remember is flying pipe and stars. Damn it. After all the trouble I went to to get that stupid statuette, someone just walks up and takes it like candy from a baby. And my wallet's gone too. I hope somebody on the street saw me get jumped. I've got 29.000 reasons to get that crystal bird back. Hopefully I haven't used my tube of miracle facial cream. It should help reduce the swelling and make me look almost human again. Oh je. Ja. Wie gewonnen, so zerronnen. Ei, 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 ei. Hmm. Ja. Dann würde ich sagen... Wir müssen eigentlich sofort los und mal rausfinden, wer das war, ne? Also wir haben den ja schon mal in einer Zwischensequenz gesehen. Und der scheint sich ja, ähm... Wie soll ich sagen, äh... Verwandeln zu können, ne? Was ja ziemlich gemein ist. Also ich meine im Grunde, der kann ja dann jeder sein. Gucken, ob Chelsea was weiß. Was gesehen hat. Aber wahrscheinlich nicht, weil das ja... So in einer ziemlichen... Ziemlich späten Uhrzeit war. Liegt hier vielleicht irgendwas rum? Hm. I don't know what these garbage can... Nee. Okay. Hallo Chelsea. Chelsea's a hot... What's going on, Tex? Ah, genau. Okay, machen wir erstmal hier an den Ching. I don't discuss that name. And either should you. If you want to keep breathing. Okay, Nickaburgo. Sorry, I haven't heard anything about that. Hm. Wish I could help you there, Tex. Schade, schade. Sorry, I haven't heard anything about that. Sorry, Tex. I didn't see a thing. You know, I'll let you know if I hear anything. Äh, das ist doof. Na gut. Dann fragen wir mal weiter rum. Irgendjemand muss doch was gesehen haben. Judas Murphy, can't you find something else to do, besides bothering me? Hey, sei mal ein bisschen netter. Ah, ja, komm her. Ching is a big man around here, with eyes and ears everywhere. Well, if you go around asking questions about Eddie Ching, you find yourself sleeping with a fish, real soon. I don't know anything about that. You know, I subscribed to a trade paper called Jewelry Weekly. In the last issue, it seems to me I saw an advertisement, like someone named Franco, who is looking to buy... Ja, das kennen wir schon. I don't know anything about that. Schade. I don't know anything about that. Ach, komm. Oh, no. Oh, no.